wir sind hier stehen geblieben in kilika und mir sind so viele fehler aufgefallen in let's play deswegen habe ich noch mal bis hierher gespielt und habe so einiges mitgenommen wir beherrschen jetzt zum beispiel mit valfaris den solares strahl und habe noch zwei weitere albert lexikon gefunden eins auf dem schiff und eins im beset wo ich vorbei gerannt bin weil ich so betrunken war zu blöd war das zu sehen genauso wie das mit dem hund wo ich auch vorbei gerannt bin egal wir setzen jetzt hier die reise fort machen wir können ja mal mit die leute hier reden gucken ob ich es schaffe besser zu lesen diesmal schatz du lebst also doch aus der traum die stube hat geschlossen schade ich wollte was kaufen hey du sagt mir was du sogar die schankstube hat zu wie soll man das alles höchstern ertragen ach nüchtern ach bin ich blöd wie so ein geschenkstube schenke oder so vorsicht jeffrey hier ist nicht alles trittfest von hier geht es nicht weiter da ist ja gut ist ja gut ich habe doch gar nichts gemacht versuche hier bloß meine reise fortzusetzen irgend so ein komischen gebiet was ich hier nicht kenne jetzt passiert irgendwas sonnenuntergang schöner sonnenuntergang oder ist juno was ist denn das tote oder was Verfluchte Neider Neon Du all der Besiegnung Gucken wir was das ist Gucken wir uns mal an was Yuna jetzt macht Ich sag jetzt was mal nischt Gucken wir uns das hier an Und die kann auf dem Wasser laufen Wie geht das denn Gucken wir uns mal an 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 Hm. Hoffen wir mal, die Seelen sind jetzt hier reinigt. Alle da, also die hier sind Toten. Die haben ihren Frieden gefunden. Ich finde aber gut, dass er mal diese Fragen stellt. Ich weiß es auch nicht. Ich bin genauso dem nicht hier. Oh ja. Wir haben geschlafen. Ah, die Sonne ist ja auch schon untergegangen. Also, war ja schon... War ja schon soweit. War ja schon soweit zum Schlafen. Ey, renn hier nicht so. Sag mir lieber was. Wenn ich groß bin, werde ich ein Blitzball... Was? Wenn ich groß bin, werde ich ein Blitzball. Also, sie wurde zu einem Ball. Aber ich denke mal, sie meint Blitzballspieler. Ähm, ja. Wird jetzt nicht wirklich Sinn ergeben. Dies ist meine Heimat, auch wenn es ein Trümmerhaufen ist. Ich will nicht von hier weg. Oh, ein Speicherpunkt. Ihr wisst ja, wie ich Speicherpunkte liebe. Ich muss sie immer berühren. Komm, was... Was da wolle. Ich muss sie einfach berühren. Was? Gibt's hier noch irgendwas versteckt? Ein Allbettbuch oder sowas? Seid doch ehrlich. Was willst du? Konnten sie gut schlafen? Die anderen haben das Haus vorhin verlassen. Da-da-da-da-da... Da-da-da-da-da-da-da... Hey. Wut lösen? Captain Walk is waiting for you. ich komm ja gleich aber erstmal der typ hier der muss mir noch was sagen es ist so viel kaputt ich weiß gar nicht wo ich mit den reparatoren anfangen soll wie wärs mal mit aufstehen und dann anfangen und statt hier um zu liegen das wärs schon mal ein anfang hier müssen wir jetzt noch so ein kind retten wo ist denn das hier rettungsmission gib uns nur portion nicht mal ein geschenk du sag mir was ich hoffte es wäre ein böser traum und wenn ich aufwache dann wäre alles wieder beim alten aber nichts war beim alten was her machst du da sag mir was wenn sind wieder auftaucht sind alle reparatoren umsonst zerstörung und wiederaufbau ein katz und maus spiel immer kurz ins gebäude da ich finde ich ja noch ein albert buch oder albert lexikon oder sowas stehen welche rum es tut mir leid er wurde von sinn vergiftet bitte habt nach nachsicht wenn wenn er würde dinge von sich gibt das tue ich auch war das natur hätte ich beinahe nicht gesehen noch mal drei potions was guckst du so das ist hier kein zoo ja ich weiß ich weiß was das hier nicht ist so gehen wir mal diesen dat hinterher wir sollen ja zu waka gehen zu waka zu waka waka eh konnten wir hier vorne drin war ich hier schon drin fragen über fragen die antwort lautet hier waren wir noch nicht drin denn die ist eine truhe mit einem äther von mich keiner nimmt sich die truhe wissen nur ich ich will nichts essen ich will einfach nur hier bleiben der anblick des meeres macht mir angst immer glaube ich seinen schatten zu sehen das wasser macht den schatten findet da müsste die sonne ja von unten kommen das war ein schwachsinn danke dass du mich gerettet hast unser haus ist zwar kaputt aber ich habe ja noch meine schwester deswegen geht es mir gut gib mir ein item bist du ein blitzballer alles gute ich drück dir die daumen du hast meine schwester gerettet nicht wahr der inhalt der kiste gehört dir nimm's ruhig ein dankeschön von mir ach so wenn man die nicht rettet dann ist da keine truhe oder die darf man denn nicht öffnen denn ist die verschlossen denn bekommen wir nicht den schlüssel den schlüssel zur kiste waka was soll man machen daja bis 8 aurors hat oh runter dem temple wo we pray for victory doch Der High Summoner O'Hallon war in der Kilika-Temple hier. Ja, Lord O'Hallon war ein tolles Blitzer, du kennst. Waka. Hm? Präing für die Verkäufe ist so gut. Aber ist das richtig? Was ist das falsch mit Enjoying Blitzball? Ist das wirklich der Zeit? Das ist der einzige Zeit. Die Spieler kämpfen mit all ihrer Kraft. Die Spieler kämpfen für ihre Lieblingsgruppe. Sie vergessen, die Schmerzen, die Schmerzen. Nur das Spiel ist wichtig. Das ist, warum Blitz ist so lange vorgegangen. At least, das ist, was ich denke. Was auch immer du sagst. Lass uns spielen und gewinnen. Right? Right. Tempo ist in der Jungle, da. Let's go. Du glaubst, das ist dein letztes Spiel, Waka? Das glaube ich nicht. Also in der Story schon, aber... Guck mal an. Guckt euch das mal hier an. Hehe. Gib mir die Truhe. Duschen. Lässt du die Finger davon? Oh, die sind ja ein Kunde. Ah, wir können einkaufen. Was haben wir denn hier schönet? Wissensdurst. Weisenstab, den haben wir ja schon. Ne, den haben wir nicht. Ne, Quatsch. Ja doch, ich habe auch einen Weisenstab, aber der ist besser. Oder? Hä? Ja, ich habe einen besseren. Mann, oh Mann. Also, den haben wir ja in den ersten Tempel gefunden und den habe ich jetzt auch schon ausgerüstet. Also, diese Dinger hier bringen. Durchschauen. Hm. Stehenschlag, Durchschlag, Durchschauen. Habe ich doch schon. Ey, wollen die mich veräppeln hier, oder was? Ich habe ein Metallschild. Lassen wir auch dabei. Wir hatten noch gar nichts. Er hat noch gar nichts. Den kaufen wir doch mal was. Jo. So, Kimari hat jetzt auch was. HP plus 5%. Und wir sind bei 16 Minuten. Also. Ist hier kein Speicherpunkt gewesen? Egal. Typ, ich laber mit dir. Wegen dem Gift kann ich mich an nichts erinnern. Wie ich heiße, wo ich wohne. Ich hatte gehofft, dass mir jemand hilft, wenn ich hier ruhig sitzen bleibe und warte. Aber niemand nimmt mich wahr. Alle haben mit sich selbst genug zu tun. Ich bin hier. Vielleicht bin ich gar nicht von hier. Ein Fremder von ganz weit weg. Oder sowas. Ah, jetzt gleich nochmal. Bla, 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 bla. Interessiert uns nicht. Ey, du Typ, du schwimmst da im Kreis. Du hast mir was zu sagen. Komm her. Komm zu mir. Komm zu Papa, Tidus. Danke. Wir Kilika-Biasts würden die ganze Insel aufmuntern, indem wir den Pokal holen. Wenn ich daran denke, muss ich gleich wieder weiter trainieren. Oh, ein Blitzbeispieler. Wird der einer unserer Gegner sein? Eine große Frage, die wir uns fragen und stellen und keine Antwort haben. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal hier weiter und dann beende ich den Part. Ich gehe erstmal zu diesen anderen da. Waka und... Yuna und Lulu und Kimari. Wir sind ja schon fünf Leute hier. Und die ganzen Besaid-Auros. Die sind ja auch noch da. Darf man ja nicht vergessen. Aber die sind ja keine Kämpfer. Die sind einfach nur da. Sind einfach nur da, weil sie da sind. Und da stehen sie schon. Die warten alle auf mich. Aber wir speichern jetzt hier ab. Also ich speichere jetzt hier ab. Weil ich das immer so mache. Dass ich so speichere und so. Und dann... Mache ich hier so... Drücke Pause. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Denn es wieder heißt, let's play Final Fantasy X. Yeah. Haut rein. Ja. Ja.